Erwin Mungo Der Mann ist angesetzt für die Erwachsenen. In der Blauenhäcke Ibrahimeres bestreitet heute seinen vierten Profikampf. Und sein Gegenüber in der Rotlänge, RB Mungo, bestreitet heute seinen zwölften Profikampf. Er hat bis jetzt eine eindrucksvolle Bilanz von zehn Siegen und einer Niederlage. RB Mungo aus Aachen. Der Mann ist angesetzt auf vier Runden an drei Minuten. Ring 2, Runde 1. Ring 2, Runde 1. Ach komm jetzt, mach weiter. Jetzt komm ich runter. Vielen Dank. Vielen Dank. Stefan, lass mal seinen Kopf machen und schnell nach außen gehen. Bitte. Danke. 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 Danke.